Ich gucke mal, was wir da heute reißen. Geht schon los. Moment, eben mal hier die Waffen checken. Was habe ich? Geballte Ladung? Oh ja, diese 9-fach Granate und die Luger. Die Luger, die P08, die ist eigentlich perfekt hier für den Grabenkampf. Welche Map ist denn das hier? Ach, die Map. Oh, 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 oh. So, jetzt gibt es einen. Zack. Oh nein. Von der Seite. Okay, wow, jetzt auch eine blöde Position, die ich da hatte. Okay, dann wollen wir. Wir sind jetzt im Angriffsmodus. Oh, das offene Feld hier ist aber echt ein bisschen blöd. Fahren wir uns hier, oh, oh, hier rein. Von Loch zu Loch. Von Schützengraben zu Schützengraben. Oh, okay. Oh, da oben, da oben, da oben. Ich sehe sie. Oh, Mann. Ich bin noch zu langsam heute Morgen. Oh, wieder Einstieg. 15 Sekunden noch. Ja, das dauert hier manchmal wirklich ein bisschen lange. Und da sind wir schon wieder. Ah, die Map hier ist aber auch wirklich übel zum Angreifen. Ach, wenn die sich da hinten eingegraben haben. Hier brauchen wir wirklich, normalerweise braucht man hier ein sehr gutes Teamspiel. Hier brauchst du mit Sperrfeuer, was weiß ich, um sich irgendwie hier durchzukämpfen. Oh, oh, oh. Und wieder rein hier. Und das ist jetzt der gleiche Weg, den wir vorhin gegangen sind. Ähm. Hier vorne wieder. Ja, da liegen sie. Kann man hier nicht andersrum. Und werfe ich da mal eine Granate hin. Ach, du lieber Himmel. Nein, geht nicht. Da, keine Chance. Da komme ich nicht lang. Die hauen mich sofort weg. Dann versuchen wir es mal hier rum. Okay, okay. Hier sieht es besser aus. Hier rum. Wo war der denn jetzt? Habe ich nicht gesehen. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. So, jetzt aber. Oh, da sind schon ein paar Mann. Aber wir sind, okay. Wir sind noch nicht in der Capture Zone. Los, los, los. Attacke. Ja. Oh. Was ging haben wir ja. Jetzt müssen wir zurück. Super. Jetzt kämpfen wir uns gerade hier so halbwegs vor. Oh, oh. Sie erschießen uns von hinten. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay. Okay. Dann verteidigen wir jetzt mal hier. Ja, wir versuchen es, die Linie hier zu halten. Na komm. So. Oh, okay. Eieieiei, gibt's aber hier einen Omdates. Haha. Hahaha. Okay, bleiben wir mal hier. Halten die Stellung. Oh. Oh. Was ist Angriff? Angriff, hallo, verteidigen. So, hier haben wir jetzt genug Leute. Heidewitz, geil, Kapitän. Okay, mit mal eben vergrößern. Ach, der ist schon groß. Ja, ist doch gut. Dass hier nicht alle auf der gleichen Seite sind. Ich glaub, und die linke Flanke ist nämlich komplett frei. Könnt ihr, äh, für die, die da spielen, ich kenn, unten links auf der Minimip, könnt ihr das sehen. Wo war, neben mir, neben mir. Okay. Oh, ein Warten hier. Oh, ein Warten hier. Schwieres Mörserfeuer. Boah. Boah. Übel. Man, lockt da hier nicht rum. Okay, hier haben sie mich vorhin erwischt. Hier von der Seite. Ich springt hier mal durch. Wo, wo ist er denn? Das war jetzt noch ein anderer, der mich erwischt hat. Ah, Mann, die ärgern mich. Okay, jetzt müssen wir angreifen. Wenigstens haben die es jetzt auch nicht geschafft. Warum? Ach, ich war zu... Wieder 15 Sekunden. Okay. Ja, dann sollst du sie kriegen von irgendwem. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das waren die eigenen, ein bisschen zu kurz. Oh, oh. Bisschen zu kurz, die Granaten, Leute. Oh, kommt innen von da. Jetzt bin ich der Einzige hier in der Capture-Saison. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nein, da. Der müsste eigentlich schon... Kleine Sturzern, auch der andere. Oh ja, da hängt jemand im Stacheldraht. Das kennt nicht. Okay, weiter geht's, Leute. Raus aus dem Graben. Oh, Map ist gleich vorbei. Komm, ne, nehmen wir doch jetzt hier. Nehme mal ran an die Front und zumindest noch einen mitnehmen hier. Was steht hier, hier so rum? Geh weg! Geh weg! Oh. Rums. Waren die Verkehrten. Die haben in die verkehrte Richtung geschmissen. Wir werden uns rächen. Und wir machen, dass die nächste Runde besser läuft. Gut. Dann warten wir. Einmal kurz Map-Change. Ich hoffe, wenn man meine Lieblings-Map kommt. Oh nein. Oh nein. Ohoho. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Gott. Da. Aber dieser Map auf jeden Fall nicht mit der Pistole rumlaufen. Das ist nämlich übelst. Das ist wirklich übel. Da brauche ich auf jeden Fall ein Gewehr. Hatte sie die Schlamm-Matsch-Graben-Kampf. Warum bin ich nicht? Ich bin ja auch alleine im Squad. Das ist ja total arm. Oh nein. Kein Sniper. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Obwohl das auf dieser Map gar nicht mal so verkehrt ist. Was haben wir jetzt? Verteidigung. Okay. Dann bleiben wir mal hier. Wo sehen die denn schon wieder was? Ballern doch nur aus Spaß, oder? Da ist doch kein Mensch zu sehen. Da. Boah, die sind so übel, diese Zielfernrohre. Die sind wirklich äußerst übel. So ein kleines Sichtfeld, das ist schon nicht mehr feierlich. Weil, dass sie damals halt nicht die besten ZFs hatten. Aber, äh... Aber solche... Dinger. Okay. Schauen wir mal hier. Boah. Wow. So, ich brauche das... Es geht gar nicht, geht gar nicht, geht gar nicht. Oh, das ist doch gut. Das gefällt mir doch schon besser. Oh, oh, nee. Wo? Oh. Stacheldraht immer aufpassen. Stacheldraht ist ganz, ganz böses Hundefui. Da kann man sich nämlich richtig übel drin, äh... Verheddern und verreckt da noch. Gar nicht gut. Okay, wir decken die, äh... Wir decken die linke Flanke ab. Weil, hier ist nämlich keiner außer uns. Konnt ihr alles unten links auf der Minimap sehen? Okay. Das wird nachher spaßig mit dem Angriff. Weil, äh... Auf... Au! Da kommt noch mehr. Ei, 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 ich gehe einfach mal in Deckung. Okay, ui, 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 ui. Okay, das waren nur zwei. Ähm. Ah, das ist hier wirklich übelst, hier einen Vorstoß zu wagen. Ist das da einer? Ist das ein Baumstumpf oder ist das ein Kopf? Nee, ist ein Baumstumpf. Irgendwas. Keine Bewegung. Sagt doch mal, da hinten. Okay, jetzt greifen wir an. So, hauen wir noch direkt ein paar Patronen rein. So, wo sind die anderen? Alleine hier ist auch mal blöd. Beim Angriff sollte man schon zusammenbleiben. War das noch einer? Nee, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Okay. Oh, der Stacheldraht. Ich wusste es. Ei, ei, ich hänge fest. Okay, Deckung. So, und hier wirklich von Schützenloch zu Schützenloch, beziehungsweise Bombentrichter zu Bombentrichter. Sonst hat man hier wirklich kaum eine Chance. Was ist das für ein Aufklärungsflugzeug? Ich weiß noch nicht, ob es ein feindliches ist oder ein... Ich sehe es nicht. Da, wir werden aufgeklärt. Okay. Okay. Wir werden aufgeklärt. Bedeutet, dass jetzt beim Feind auf der Minimap wir jetzt für ein paar Sekunden zu sehen sind und dieser Petrus 1904 somit wusste, wo wir sind. Och, 1904. Ja, geil. Zehn Sekunden. Wie viel sind wir denn jetzt hier auf dem Server? Na, geht. Geht. Ganz voll ist es ja nicht. Okay, weiter geht's. Boah. Das Ding ist aber am Ohr vorbeigeflogen. Oh, Mist. Oh, Mist. Jetzt gehen wir... Hier gehen wir jetzt erstmal in Deckung und checken erstmal die Lage. Das Blöde ist... Derjenige, der auf mich geschossen hat, weiß genau, wo ich liege. Ach, zack! Und ich weiß auch, wo du bist. Petrus, da hab ich dich. Brache ist Blutwurst, mein Freund. Aha. Oh, da ist noch einer. Ist hier jetzt ab... Oh, hinwerfen. Hinten. Oh, nein. Die sind hier manchmal so träge, wie... Was weiß ich. Man hat das Gefühl, ich laufe hier mit dem 80-Jährigen rum. Einfach hinschmeißen in die Suppe. Immer rein! Okay. Gewinne, 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 gewinne. Oh, das meinte ich vorhin. Das ist so müßig hier, äh... Der Vorstoß. Ich sag' also, die Map ist wirklich frustrierend. Und weiter geht's. Ne, warte, Moment, Moment. Was machen wir hier? Jawohl. Machen wir doch glatt. Okay, er wird schon beschossen neben mir. Das heißt, sie wissen genau, wo wir sind. Hier wird ja schon wieder alles einschlagen. Hier auch noch Granaten. Oh, Mann. So ein Vorstoß ist hier echt übelst. Ich werd bescheuert. Ich sag's dir. Diese Map macht mich fertig. Die Map macht mich fertig. Ohne Witz. So. Was ist das, Tesserteure? So. Dann machen wir wieder die linke Flanke. Ganz nach links. Die äußerste linke. Das gibt's doch gar nicht. War das nur... Okay. War nur ein einzelner. Wir werden wieder aufgeklärt, wie sich's anhört. Ja. Wir werden aufgeklärt. frag mich, warum, äh... Wir nie aufklären. Das ist ja Sache von irgendeinem Gruppenführer oder Aufklärer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, einer hat halt diese Klasse. Die ist bestimmt nicht belegt. Oder derjenige, der die Klasse inne hat, äh... Weiß nicht, wie's funktioniert. Oh, der ist ganz einfach dumm. Ich seh... Leute, guckt mal bitte jetzt auf die Mini-Map. Guckt euch das mal an. Seht, dieser gelbe, äh... Das gelbe Dreieck bin ich. Schaut euch mal an, wo der nächste ist. Da... Die könnten hier komplett unbemerkt sich reinschleichen. Das ist ja Hammer. Was hier ne Gammeltruppe? Echt. Schaut euch mal, lass da... So, gar nicht. Entweder Platz... Nein, noch nicht. Da hab ich ne doch. Ich hab schon gedacht, ich hab wieder nur Platzpatronen. Ah, den haben wir. Hier heißt der Nebelwerferfeuer, oder was? Okay, den hat's zerlegt. Okay, aber mal gucken, dass sich da einer hier genau am Rand, äh... Anschleicht. Die Methode mach ich nämlich gerne auch mal, wenn ich vorgehe. Das werd ich bei der nächsten, äh... Angriffsfälle nämlich auch machen. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Level 25. Wuhu! Zack! Den haben wir auch. Da war doch einer. Ja gut, den müsst ihr... Der läuft direkt auf euch zu und ihr seid da mit gefühlten 100 Mann. Den werdet ihr ja wohl platt bekommen. Wow. Was? Oh, der war schon ganz dran. Ich hab nur gesehen. Die haben den nämlich nicht platt bekommen. Die Eiernasen. Oh, oh, 20 Sekunden Respawn. Yeah, yeah, yeah. Und da sind wir wieder. Und die nächste Runde rückwärts. Oh, Mann. Guckt euch das mal an, was hier für ein Haufen ist. Hier sind... Die hocken ja alle aufeinander hier bei der rechten Flanke. Und links ist gar nichts. Null. Nada. Ist das einer von... Da ist kein Name dran. Jetzt schon. Oh, da. Oh. Einer. Oh, da ist es da. Ich hab Unterstützung. Da ganz hinten ist auch noch einer. Sehe ich grad auf der... Ja. Petrus. Petrus wieder. Oh, ist doch kein Wunder hier. Man spawnt nur an der äußerst rechten Flanke hier gerade. Oder was? Oder ich spawne bei meinem Gruppenführer immer. Oh, oh. Ach. Werd hier beschossen. Oh, das ist auch... Mann. Musste genau jetzt wieder die Granate kommen. So kann ich auch nichts treffen, wenn alles bebt. Und weiter geht's. Oh, wieder. Ach, es nervt. Es nervt echt. Ohne Witz. Oh. 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 Da liegen sie, die Schweinepriester. Da hab ich jetzt immer auf Verdacht hingeschossen. Ich hab gedacht, da wär jemand. Sie greifen an! Da sind sie. Mann. Oh, Frust, Frust, Frust. Jetzt aber. Komm. Nach, nach, das... Gewehr. Da haben wir da noch. Haben wir da noch einen. So. Zack, den haben wir auch. Zack, den haben wir auch. Haha. Jetzt hab ich euch am Arsch. So, hinterher. So, jetzt gehen wir mal einer äußerst rechten Flanke entlang und hoffen, dass sie uns... Das war dämlich. Voller Galosche links vorbeigeschossen. Okay, weiter geht's. Ich frag mich, was der Gruppenführer da macht. Der Snake. Soll auch mal ein bisschen mehr vorrücken. Sonst... War der Radbeschuss von links? Sonst wird halt nämlich nix. Mal gucken, was der macht. Ich bleib mal in der Nähe vom Schäfer hier. Okay. Jetzt weiß ich, warum er die ganze Zeit da rumgleitet, da um den Brunnen. Äh. Oh, sacre. Oh, sacre. Mein Gott. Hoffentlich ist diese Map bald vorbei. Ah, das komische ist... Jedes Mal, wenn ich dieses... Wenn ich das Spiel spiele, muss ich grundsätzlich immer diese Map spielen hier. Ich hab's doch noch gesehen. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Jetzt weiß ich, wo sie sind. Oh, die sind ja schon in der Capture Zone, seh ich grad. Da waren sie vorhin, da waren sie vorhin, dazwischen. Schießt ihr jetzt grad einfach mal auf Verdacht hin. Okay. Okay. Und wieder zurück. Oh. 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 Feuer. 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 Okay. Wir sind wieder auf unserer linken Flanke. Hier machen wir es uns jetzt bequem. Zack, da haben wir ihn. So, hier lassen wir nichts durch auf der... Hoffentlich war das ein Einzelner, ja. Hier lassen wir nichts durch. Ah, komm, direkt einen nachladen. Ah, haben wir ihn doch. Und da hab ich doch... Oh, ich lade erst mal nach. Soll erst mal rankommen. Da ist er doch. Zack! Da haben wir ihn. Ihr habt doch gesagt, linke Flanke ist sauber. Hier kommt keiner durch. Genau wie vorhin. Und als ich bekämpft worden bin, wurde ich von da erschossen, wo die anderen alle sind. Oh man, wir haben ja unser Gruppenführer. Oh man. Ist egal. Wir sind nach Verteidigung. Genau wie vorhin. In der Verteidigung befiehlt er hier angreifen die ganze Zeit. Das ist auch geil. Und da iste auch geil voll. ó suivante das Werteidigung. Und da ist einfach nicht traurig sunt. Und da ist es nicht. Oh, 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 oh. Okay, jetzt sind wir wieder im Angriff. Whoa. Oh, 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 oh. Ich will mich doch nur so ein bisschen anschleichen hier. Jetzt werden wir wieder aufgeklärt. Ich kotze im Strahl. Okay, ich warte hier kurz. Dieses, wenn wir aufgeklärt werden, das hält nicht lange an. Ich weiß nicht, wir sind fünf bis zehn Sekunden nur sichtbar. Zehn Sekunden glaube ich noch nicht, man glaub fünf Sekunden. Also man sieht einmal, wo wir sind und dann war es das. Das gibt's nicht. Da haben wir noch einen. So, jetzt bewege ich mich auch nur noch geleitend hier. Aber wenn ich jetzt hier so kurz vor der Capture Zone mein... Das darf nicht wahr sein. Schon wieder ein Aufklärungsbedarf. Warum klären wir nie auf? Das... Ich dreh am Schnitzel hier. Echt? Die wissen jetzt genau, wo ich bin. Es ist zum Kotzen. Mich frustert dabei eigentlich... Nur, dass wir nicht aufklären. Das ist die Sache, was mir eigentlich... Das frustriert mich mehr, anstatt, dass ich aufgeklärt werde. Das ist dieses Frustrierende, dass von uns nicht ein Flugzeug am Himmel ist. Und das nervt echt hart. Und das ist das, was wir nicht aufklären. Wieder Aufklärungsflugzeug. Ich kotze. Ich kotze. Die fliegen hier im Minutentakt drüber. Noch nicht mal. Oh. Und Gas und was weiß ich. Das ist ein geiler Gegner. Ich möchte auch so eine Truppe haben. Oh. Los. Los. Attacke. So. Da haben wir noch zwei Mann. Mal eben hier hinter das Gestrüpp und nachladen. Ja. Der hat gesessen. Ja. Und der hat auch gesessen. Ah, hier im Shad schreiten sie schon. Ich hasse die Map, ja. Ich glaube, ich kenne keinen, der die gut findet. Boah. Sehen wir nicht mal in das Tetshaus. Oh, immerhin positiv. 18 zu 17. Ich habe schon gedacht, es wäre schlimmer. Ich habe echt gedacht, es wäre schlimmer. Hier ist wieder Rudelbums auf der rechten Flankenseite. Linke Flanke ist bestimmt wieder keine Sau. Aber jetzt bleibe ich hier, bis ich sterbe. Fünd mich mal. Da war noch einer. Da war noch einer. Zack. Okay, direkt die zwei Mumpels mal nachladen. Okay. 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 Let's go. Ui 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 Ok, hab gedacht da wär einer gewesen Achtung , oh nein, hallo Hat er den erwischt, ok, supi Guter Schuss Guter Schuss Der bewegt sich doch. Hm. Na, komm schon. Hier in dem Bereich, hier, da, da tummeln sich immer einige. Das ist immer mutig gewesen. Der war aber mutig, der Kamerad. Na, der lebt, glaube ich, noch. Und machen sie jetzt hier Zickzack-Lauf-Olympiade, oder was? Zack. Oh, das ist Senfgas, oder? Ja gut, ich bin ja am äußersten Rand. Ich glaube nicht, dass mich das erwischt. Komm her, gleich hab ich euch am Sack. Da, laufen sie weg. Na, komm. Oh nein, Stacheldraht. Raus, aus dem Stacheldraht. Ich bin am Stacheldraht gestorben. Ich hasse, ich hasse diesen Stacheldraht. Da verblutet man immer. Da bleibst du mal mit dem Fuß dran hängen und du verblutest. Was ist denn das für ein Draht? Und wieder aufgeklärt. Okay, dann checken wir jetzt erstmal hier die Lage. Okay, das war's mit Lage checken. Was ist denn da? Ach, das ist der Flammenwerfertyp. Der Brotzler. Wow! So, und weiter geht's. Okay, wir versuchen jetzt über die linke Flanke fortzurücken. Okay, hier gehen wir schon mal ein bisschen geduckt. Und ein paar Meter weiter werden wir dann nur noch versuchen, uns langsam fortzugleiten. Oh, 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 oh ja, ist ja gut. Ja, aber hier kann ich mich unbemerkt fortbewegen. Okay, jetzt lege ich mich hier mal hin und check mal kurz die Lage. Ich bin wieder aufgeklärt worden. Ich bin... Oh, geil. Nur noch 40 Sekunden, dann ist diese Höllenmap vorbei. Party-Heart-App. Ich weiß, da wird auf mich erschossen. Ach man, Nerv, Nerv, Nerv. Komm, Map-Change. Echt. Los, Map-Change. Ja. Oh. Oh. Kein auch die map ist ganz cool eine von den neueren so da sind wir wieder weiter geht's 3, 2, 1, go holy shit, holy shit, holy shit oh yo was ist das oh jawohl oh Petrus schon wieder, dieser Petrus, der hat mich schon ziemlich mal erwischt na warte ab Petrus gehen wir hier nach ganz links rüber oder Moment, ah stimmt, hier unten können wir auch durch ich hab die Mapers zweimal, ein, zweimal gespielt ich hab mich, ach du lieber Himmel ui 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 wow so, dann wollen wir nochmal da hin da sind sie ich hab das auch gesehen mein Plan war eigentlich jetzt noch ein Stück vor und dann noch Granaten da hin zu werfen aber gut das der Plan hat sich dann erstmal erledigt so, ich versuch jetzt wieder hier unten in den Graben so, hier war das vorhin, glaub ich ach, ich bin zu langsam manchmal ich bin echt okay okay, Leute oh ne, hier müssen wir auch weg weil jetzt alles, was hier unten auf der Minimap seht was jetzt im roten Bereich ist da dürfen wir gleich nicht mehr sein okay ah, perfekt, okay soll er da sein MG aufbauen dann suchen wir uns mal ne andere Posi hier ist noch keiner dann hocken wir uns hier mal hin oh da kommen sie zack haha und direkt ein erwischt mit meiner Granate Nächste flach ist da ist da ist es da Quatsch. So. Wunderschönen Abend. Ich mag Kekse. So. Wir müssen schon wieder angreifen. Okay. Um ist es das Gas. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt durchrennen. Okay, dann rennen wir mal da vorne hin, wo die anderen sind. Ich danke dir, Keks. Mittlerweile macht es auch Spaß. Hier vorher war... eine Map, die mehr gefrustet hat als alles andere. Aber die Map hier ist eigentlich relativ cool. Die macht richtig Spaß. Oh. Jetzt renne ich schon zu weit vor. Wo ist denn hier die... Wir müssen hier durch. Ah, da hinten habe ich ihn gesehen. Mist. Mist. Also das ist... ... ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt sind wir im Capture-Bereich. Dann hoffe ich, dass wir jetzt noch ein paar Mann dazukommen. Boah, wirf doch endlich das Ding an. Mann, ist der manchmal träge. Aber gut, den haben wir jetzt erwischt, den einen. Den haben wir erwischt. Ah, Mist. Zeitgleich geschossen. Aber, ja, sei es gut zeitgleich. Er war eine Millisekunde schneller. Da hat er mich zuerst erwischt. Boah, diese Respawn-Zeiten. Die nerven noch hart hier. Immer teilweise 20 Sekunden. Dann müssen wir halt wieder warten hier. Oh. Boah, ja, nee, ist klar. Du musst erst 20 Sekunden warten und dann spawn ich in der Gruppe von vier Mann. Juhu. Ja. Ja, sonst alles klar bei euch? Ihr könnt mal hier im Chat verschreiben. Ich habe so ein neues Chatbot installiert. Gebt mal ein Ausrufezeichen. Roulette. Das ist irgendwie so ein Chat-Spiel hier. Russisch Roulette oder was weiß ich. Also Ausrufezeichen. Roulette. Moment mal. So, komm, dann greifen wir jetzt von der Flanke hier. Halt, war das jetzt einer von uns oder einer von denen? Einer von uns, okay. Oh, 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 oh. Maske auf, Maske auf, Maske auf, Maske auf. Mach doch schneller. Manchmal ist er so lahmarschig, ey. Luke. Ich bin dein... Toter Vater. Und wieder Wagen. Drei. Zwei. Eins. Oh, oh, ich spawn hier. Das gibt es auch gar nicht. Aber jetzt hier Alarm. Okay. Boah, da siehst du ja nix mit dem Ding, ne? Da siehst du ja nix. Okay, aber wie ihr jetzt unten, äh, erkennen könnt, äh, da in der Mitte, haben wir es bald eingenommen. Irgendwo erstickt hier gerade einer. Junge, sitz sie. Boah. Und ich werde erschossen. Das ist geil. Ich habe mich gerade über den Typen kaputt gelacht, der da verreckt ist, weil er sich die Maske nicht aufgesetzt hat. Und mich erschießen sie. Gott. Karma. Ist der verreckt. So, okay. Warum haben wir das Ding eigentlich immer noch nicht eingenommen? Verteidigen die so genial, oder was? Dann gehen wir mal hier vorne wieder rein. Oh, oh, hier ist auch eine blöde Ecke. La, 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 la. Und wie gefällt euch das Spiel? Oh. Jawohl. Ja. Den haben wir. Zack. Oh, der Bootsler. Komm, mach rein da jetzt mit deinem Feuermoped hier. Komm rein da. Los. Komm. Das ist ja nicht Omas Geburtstag. Mach Bräucher, den mach richtig aus da. Halt rein, den Rüffel. Warum legt er sich hin? Warum legt meiner sich hin? Und wie... Was war das? Das sah aus wie Mörser, aber in dem Ding macht ja wenig Sinn. estabel. the beingann das